Mein Name ist Janusz Waldschmidt von der Firma Waldschmidt in Dortmund. Wir sind WAM Partner der ersten Stunde und vertreiben mittlerweile seit über 40 Jahren die WAM Kaminöfen hier in Dortmund. Ich bin heute hier, um die Weltneuheit der Firma WAM vorzustellen, den WAM Smart Kamin. Ein Kaminofen, der sich mit einer App-Steuerung steuern lässt. Der WAM Smart Kamin bietet Ihnen viele, viele Vorteile. Unter anderem er spart Ihnen Geld in Form des Holzes. Er verbraucht viel, viel weniger Holz als ein herkömmlicher Kaminofen. Er verbrennt deutlich umweltschonender durch die effiziente Verbrennung. Zusätzlich genießen Sie den Komfort, auf der Couch sitzen bleiben zu können und der WAM Smart Kamin macht den Rest. Ich lade Sie herzlich ein, die Vorteile des WAM Smart Kamin in Aktion zu erleben. Wir brennen Ihnen täglich bei uns in der Ausstellung in Dortmund. Kommen Sie rein, wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!